Unsere Gesellschaft erzählt über sich auch eine Geschichte, nämlich die des unablässigen Fortschritts und des unablässig Besserwerdens. Die Gesellschaft hat im Moment ein riesiges Problem, weil die Geschichte nicht mehr funktioniert. Keine Sau glaubt die mehr, außer die ganz Blöden. Die glauben das noch, dass das irgendwie, man auch im Jahr 2030 60 Millionen Autos, deutsche Autos in China verkauft. Das glauben die Dummen. Das ist die weitererzählte Geschichte, die diese Form von Industriemoderne über sich erzählt hat. Jetzt ist die brüchig geworden und alles das, was dagegen versucht wird, dagegen zu setzen, sind irgendwie Diagramme, CO2, 2 Grad und so was. Vollkommene Abstrakter, die keinerlei orientierenden Wert haben. Eine Geschichte hat immer einen orientierenden Wert. Und insofern ist dann auch die Möglichkeit gegeben, dass über die Geschichten, wie wir sie erzählen, es sind ja Gegengeschichten zum Bestehenden, so klassische altmodische Dinge passieren, wie dass Menschen diese Leute, über die dort erzählt wird, als Vorbilder begreifen. Aber Vorbilder in dem Sinne, dass man das nachmachen kann. Oder vielleicht sogar nachmachen sollte, weil in einer guten Geschichte liegt natürlich auch immer ein normatives Moment. Und der wesentliche Aspekt für mich sicherlich der, dass ich niemals eine Veränderungsbereitschaft erzeugen kann, indem ich negative Grundierung, Informationen negativer Art zugrunde lege. Ich sage, ich kann Veränderung immer nur dadurch motivieren, dass es eine coole Geschichte ist. Dass man irgendwo hinkommt damit, wenn man diese Geschichte nachmacht oder versucht, in seinem Handlungsfeld etwas Analoges zu machen, wie das, was einem dort erzählt worden ist. Das heißt, es muss ein positives Moment sein. Letzter Punkt dazu, da kann man das ganz gut illustrieren. Ich habe unglaublich viele Argumente dafür, dass man Autos aus der Stadt verbannt. Dass eine Stadt autofrei ist. Es gibt wahnsinnig viele positive Argumente dafür. Wiedereroberung des Raumes, Abwesenheit von Lärm, Strukturierung nach menschlichen Maßstäben, nicht nach denen, diese technologischen Features und so weiter und so weiter. Eine autofreie Stadt kann eine wahnsinnig tolle Sache sein, die Freiheitsräume eröffnet. Ich brauche doch nicht den Klimawandel, um zu begründen, weshalb ich eine autofreie Stadt besser finde als eine, die so ist, wie sie jetzt ist.